Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Bund-Länder-Konferenz zur Corona-Lage. Von dem ersten Treffen unter Bundeskanzler Scholz werden keine großen Entscheidungen erwartet. Bei der Videokonferenz am Nachmittag geht es auch um andere politische Themen. Davor beraten die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten unter sich. Nach seiner Ernennung ist es einer der ersten wichtigen Termine für Scholz. Antrittsbesuche von Bundesaußenministerin Baerbock. Am Morgen traf sie in Paris ihren französischen Amtskollegen Le Drian. Dabei ging es um die französische EU-Ratspräsidentschaft, um aktuelle Krisen und um Klimapolitik. Anschließend sind in Brüssel Gespräche mit dem EU-Außenbeauftragten Borrell, dem US-Klimaschutzbeauftragten Kerry und NATO-Generalsekretär Stoltenberg geplant. Treffen der EU-Innenminister in Brüssel. Ein Thema wird die Lage der Migranten an der Grenze zu Belarus sein. Für Deutschland nimmt die neue Innenministerin Faeser teil. 100 Mio. mehr Kinder in Armut. Laut einer Studie des UN-Kinderhilfswerks UNICEF hat sich die Zahl im Verlauf der Corona-Pandemie innerhalb von knapp 2 Jahren um 10% erhöht. Die Organisation fordert entschlossenes Handeln der Regierungen, um jungen Menschen Zugang zu Bildung und Gesundheitsversorgung zu ermöglichen. Abschluss der Champions-League-Gruppenphase für deutsche Teams. Bayern München steht nach einem 3-0-Erfolg gegen FC Barcelona im Achtelfinale. Der VfL Wolfsburg ist nach einer 1-3-Niederlage gegen OSC Lille aus dem Wettbewerb ausgeschieden. Das Wetter heute im Osten und Südosten. Meist Wolken verhangen und gebietsweise Schnee. Sonst wechselhaft. Von Westen her ein paar Schauer. Höchstwerte von minus 2 Grad in Vorpommern bis 7 Grad am Rhein.